Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Traveler's Wrist. Ja, ähm, ich hab eine gute und eine schlechte und noch eine schlechte Nachricht. Fangen wir erstmal mit der einen schlechten Nachricht an. Und zwar, ja, hab ich hier schon fleißig aufgeräumt, gemacht und getan. Keine Sorge, ich war nicht im Keller, aber ich habe hier schon Sachen eingesammelt. Ich hab oben aufgeräumt, die Gäste rausgeschmissen und so. Deswegen haben wir schon 10.10 Uhr. Das Problem ist nur, irgendwie, ich weiß nicht warum, OBS und ich, wir streiten uns ja dauernd. Aber irgendwie hat er heute auch schon wieder gesagt, nee, ich nehm jetzt mal nicht auf. Konnte ich leider nichts gegen machen, beziehungsweise hab ich nicht bemerkt. Hab hier vor mich hingesappelt und, ja, keiner hört mir zu. Oh, es ist so traurig. Nein, ähm, nee, hab hier mit mir selber quasi geredet. Ähm, weil ja nichts aufgenommen wurde. Ja, so ist das halt, ne? OBS und ich, wir werden, glaube ich, nicht beste Freunde. Naja, egal. Aber es ist trotzdem ein tolles Programm. So, aber die nächste schlechte Nachricht ist, dass das hier vorerst die letzte Folge von Travelers Rest ist. Uh, und zwar, glaube ich, dass wir so langsam alles aus dem Spiel gesehen haben. So, ne, das, äh, das, das, das Wichtigste haben wir aus dem Spiel gesehen. Ich geh nochmal nach oben. Ja, wie man sieht, hab ich die Räume alle schon sauber gemacht und aufgeräumt. Aber das war auch eigentlich alles, was ich heute schon gemacht hab. So, nee, und, ähm, ich glaube, wir haben langsam alles gesehen. Bis auf die Distillerie. Ja, und bis jetzt den Keller. Den hab ich tatsächlich auch selber noch nicht gesehen. Und den haben wir ja zusammen auch noch nicht gesehen. Und ich finde, damit fangen wir gleich an. So, und die gute Nachricht ist, hängt einfach irgendwie alles zusammen. Ja, wir werden denn demnächst ein neues Spiel spielen. Ähm, auch Travelers Rest, das Let's Play, ist länger geworden, als ich, äh, gedacht hätte. Das ist wie bei, bei Meiter mit Porsche. Da hab ich auch nicht gedacht, dass es über 100 Folgen nachher gibt. Egal. Ähm, ja, und, äh, wir gehen jetzt einfach mal in den Keller. Gucken, was wir da erreichen können. Das ist ein Keller. Was ist denn das für ein Riesenfass hier? Öffnen. Reifefass. Reifefässer erlauben es dir, Bier und Wein reifen zu lassen. Platziere Bier oder Wein in einem der linken Slots und es wird mit der Zeit reifen. Was für ein Glück, dass wir tatsächlich Bier und Rosé dabei haben. Ich lass das Ding einfach mal machen, ne? Was wird das dann? Ich lass einfach mal. Ich guck, ist das drin, okay. Was mach ich dann? Ab, 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 ab. Schande. Ähm. Haben wir noch ein Fass? Nein. Nee, doch, haben wir. Dann mach ich mal das Starkbier hier rein. Und das leere Fass hier rein. Und das leere Fass hier rein. Und macht das jetzt was? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall alles noch drin. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wir langsam alles gesehen haben. bis auf hier halt die Destillerie. Ja, gut. So, und hinzu kommt halt, es ist halt noch in der Early Access. Es ist ja noch eine frühere Phase. Es ist halt noch nicht komplett auf dem Markt. Das heißt, es fehlen auch noch einige Dinge. Die Destillerie ist zwar noch da, ist da, aber guck mal, Kuchen haben wir. Käse-Reifen haben wir noch nicht. Der kommt erst ab Level 11, aber wir haben trotzdem hier, ne, alles Mögliche freigeschaltet. Soziales ist bald verfügbar, genauso wie Magie. Das kommt halt davon, dass es halt noch in der Early Access ist. Ja. Aber das gibt es halt leider noch nicht in dem Spiel. Und dementsprechend haben wir quasi alles, äh, freigeschaltet, würde ich fast behaupten. So, jetzt bin ich aber gespannt. Oder neugierig. Hier unten. Das macht einfach nix, ne? Wenn ich das so lasse, macht das auch nix. Doch! Guck mal, da oben fühlt sich was. Noch nicht. Hab ich mal eingebildet, glaub ich. Ach, das hängt damit zusammen, glaub ich. Ha, das ist ja jetzt doof. Wie machen wir das denn? Wir haben ja auch Rosé da. Können wir den Rosé vielleicht hier reinmachen? Nee. Leeres Fass können wir hier auch nicht reinmachen. Vielleicht brauchen wir tatsächlich dafür die Flaschen. Ja, weil wir brauchen ja auch noch einige Flaschen. Oder können wir hier kaufen? Und da habe ich mich ja schon gewundert, ähm, wozu der da, oder wozu die da sind, die Flaschen? So einen Sack wollte ich auch schon immer mal kaufen. Er enthält Dinge. So, und ich möchte gerne mal wissen, was für Dinge er enthält. Oh, wir hätten, dass das einfach nur ein Deko-Gegenstand ist. Wo sind denn die Flaschen? Wo sind denn die Flaschen? Braun, dekorative Flasche. Die schmeiße ich mal in den Einkaufskorb. Und dann gucke ich mal, ob es das, ob es was bringt. Weiß ich einfach mal rein. Und dann gucken wir mal, was da ankommt. Beziehungsweise wann es ankommt. So, einmal schnell schauen, ob wir hier irgendwas bei den Bestellungen was Vernünftiges machen können. Ja, können wir endlich mal wieder. Weizenbrot mit Thymian. So, das heißt, wir brauchen auch noch definitiv viel Weizenmehl. Weizenbrot mit Thymian. So, das ist eine Bestellung. So, und jetzt möchte ich halt auch gerne, dass mal die Bestellung geliefert wird, ne? Das dauert immer so lange, bis die Bestellung geliefert wird. Da steht auch eine Flasche. Die kann ich nicht nehmen. Was ist das hier eigentlich? Tavernansicht. Bauernmodus. Tavernansicht. Aber ich glaube, da konnten wir, ähm, gucken. Ne, doch nicht. Tavernansicht. Ach so. Guck an, guck mal. Ich kann mich hier in die Mitte hinstellen. Und dann damit, mit einem Klick, das alles, äh, wischen. Das klingt, glaube ich, so nicht, ne? Ne. Ah, guck. Ja, guck. Ah, okay. So können wir bestimmt auch Leute bedienen und, weiß was ich. So, aber nichtsdestotrotz warte ich jetzt auf meine Ware, die geliefert werden soll. Die anscheinend, glaube ich, immer noch nicht da ist, oder? Nein. Ach, guck mal, wir haben Essiggurken noch in der Tasche. Die könnten wir vielleicht auch noch mal kurz ins Büchlein schmeißen. So. Ne, den Rosé schmeiße ich mal nicht rein. Und auch hier unten, die Fässer schmeiße ich mal nicht rein. Ich möchte hier erst mal ausprobieren. Ja, ob die Flasche vielleicht was bringt, weil die auch unterbraun ist. So. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich habe es ja nun echt mit einem Fass versucht. Ich habe es mit einem Eimer versucht. Jetzt fällt mir halt wirklich nur noch eine Flasche ein. In eine dekorative Flasche, wo wir es dann reinmachen können. So. Vielleicht mache ich das mal so und dann in den Eimer. So, und jetzt gehe ich mal nach oben, gucke nach der Bestellung. Und wenn da nichts passiert ist, dann ist der Eimer auch nicht richtig. Der wird auch nicht richtig sein, glaube ich nicht. Aber das werden wir gleich erst sehen, wenn wir die Sachen hier haben. So, und ich möchte gucken, ist was in dem Sack? Ist etwas in dem Sack? Schmeißen die mal hier. Und dann Tannenbaum. Ne, ist nichts drinne. Na, hätte mich auch gewundert. Das ist tatsächlich nur Deko. Gut. Haben wir das geklärt? Hinzu kommt noch, was wir noch klären müssen. Ne, hier hat sich nichts verändert. Ich mache mal den Weißwein hier rein und wo ist denn... Ach, da ist die Flasche. So. Jetzt interessiert mich, ob sich etwas verändert. Das wird wohl auch eine Zeit lang dauern. Da gehe ich ganz stark von aus. Ne, keine Ahnung. Wie wir das machen können. Hm. Ich hätte ja damit gewettet, dass das halt alles in einen Fass muss. So. Ich gehe nochmal gucken. Haben wir irgendwas, was man gebrauchen könnte zum Reifen. Ne. Ne. Ne, nicht wirklich. Du könntest ja eine Vase schmeißen. Äh. Ne, aber nicht wirklich. Ne. Ne, auch nicht. Speisen, leeres Glas hätten wir da. Aber, ich glaube auch nicht. Bloß eine gewöhnliche Flasche. Ja, aber wozu brauchen wir das? Oder brauchen wir die, die Flasche? Tja, keine Ahnung. Verbessere deine Getränke durch Reifung. Ja, aber wo soll ich die dann reinreifen? Ist ja nicht so, dass wir noch nichts... Das habe ich mir fast gedacht. Ist ja nicht so, dass wir noch nichts ausprobiert haben. Das vielleicht. Glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, aber... Gut. Ich glaube auch, dass es eine Zeit lang dauert. Achso, wir haben ja jetzt das... Den Auftrag freigeschaltet, sozusagen. Wurst mit Dill. Das kriegen wir auch noch hin. Wurst mit Dill, wenn das jemand will. Ja, ich weiß. Ist das schlecht? Ich weiß, ich weiß. So. Wurst mit Dill. Fleisch oder Gemüse? Machen wir mal eine Kartoffelwurst mit Dill. Kommt bestimmt gut an. Ach, guck. Das Mehl ist auch schon fertig. So. Warte, die Quest war Wurst mit Dill. Stimmt. Da war was. So. Dann gucken wir mal hier. Ist noch mittendrin. Okay. Ähm. Dann verschwinden wir mal kurz im Keller. Und guck mal hier. Ich glaube auch nicht. Nee. Äh. In den hölzernen Krug. Vielleicht. Sag ich auch nicht, dass das richtig ist. Oder wir haben tatsächlich noch zur Not ein Glas da. Da kann man auch Getränke reinfüllen. Nee. Ich lasse das einfach mal da drinnen. Und dann gucke ich mal, was passiert. Ohne irgendwas. Krass. Dann schmeiße ich mal hier alles rein. So. So. Achso. Wir öffnen noch mal ein letztes Mal die Taverne. Na? Achso. Apropos. Oh nein. Das ist schon kalt. Scheiße. Wir haben ja schon 20 Uhr. Äh. Da war ja was. Ja. Ich kam sofort. Wir sind wahrscheinlich erst mal noch verwundert, dass heute überhaupt noch mal geöffnet wurde. Wir haben schon damit gerechnet, dass heute zu bleibt. Dass Montag Ruhetag ist. So. Die Fässer einsammeln. Zack. 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 So. Den stecken wir mal hier rein. Hier will noch jemand übernachten. Die wissen noch nicht, wie lange sie wirklich in diesen Zimmern ausharren müssen. Wenn wir das Spiel erst mal beiseite legen. Ja gut. Und dann ist auch halt die Frage, wenn nachher irgendwelche Patches rauskommen. Ne? Und das Spiel erweitert wird und so. Ist natürlich auch noch die Frage, ob man seinen alten Speicherstand überhaupt weiter benutzen kann. Ist ja oft so, dass es nicht der Fall ist. Und dass man tatsächlich einen neuen Speicherstand erstellen muss. Ja. So. Was ist das halt immer, ne? Wenn man Spiele in der Early Access spielt. So was kann passieren, ne? Aber die Leute sollen heute nochmal in Ruhe den Tag genießen. Unsere köstlichen Speisen und leckeren Getränke verzehren. Oh, das machen sie aber auch fleißig. Hier will noch jemand nächtigen. So. Und vor allem, da bin ich mal gespannt, wo das Spiel halt noch, also wo es hin möchte, sieht man ja schon eindeutig. Aber dann bin ich gespannt, was nachher noch alles dazu kommt. Wieso ist das Feuer aus? Was ist das denn? Äh, jetzt auf die letzten Meter geht nochmal das Feuer aus, oder was? Ich glaub's ja nicht. Und wehe, hier gibt jemand Negativruf, weil er jetzt zwei Sekunden in der Kälte saß. Und rein theoretisch glüht der Ofen ja auch noch nach, der Kamin. Ne? Also richtig kalt werden konnte es eigentlich nicht. Aber wir kennen ja hier die Gäste, die beschweren sich ja über alles. So. Na. Und der sagt jetzt, der liegt hier, ne? Und gebraucht. Kann ich den verschieben? Ich möchte... Oh. Da regt sich jemand auf. Warte, ich rüste den Mob schon mal aus. Und dann mach ich hier... Schnack ich mal mit ihm? Ja. Tschüss. Der hätte sich immer so aufregen müssen. Bestimmt nur, weil er zwei Sekunden hier in der Kälte saß. Das ist einer von denen. Kann ich mir echt vorstellen. Oha. Das sieht leer langsam aus in dem Büchlein. Hier möchte noch jemand übernachten. Oh, was. Regt euch doch nicht immer so auf. Ja, siehste. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Wenn wir ins Bett gesteckt werden, einfach so, werden die Leute dann zum Gehen gezwungen? Oder wie läuft das dann? Und mich hätte interessiert, wenn wir jetzt Level 10 gekommen wären und wir dann so viel Negativruf gemacht hätten, dass wir dann ja im Prinzip wieder auf Level 9 zurücksteigen, ist das dann tatsächlich so, dass dann alle Vorteile, die wir in Level 10 gekriegt haben, dann auch wieder verschwunden sind, weil wir ja dann wieder Level 9 sind? Ja, Fragen über Fragen, ne? Ja, aber guck mal, wir haben jetzt 2 Uhr, damit die Leute noch gehen müssen. Genau. Wir werden nämlich langsam müde. So, die Leute müssen ja noch schnell in Ruhe austrinken. Es dauert bei denen ja immer ein bisschen. So, aber jetzt verschwinden sie doch alle langsam. Ich geh aber auch schon mal vor ins Bett. Wobei, ich kann ja nochmal schnell hier ihn nach Hause schicken. Das Feuer löschen. Und dann gehen wir ins Bett. Dann sag ich erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Spiel dann. Ich klicke mal auf ja. Und, ähm, ja. Lassen wir uns überraschen, was dann kommt. Ich mochte dieses Spiel jetzt hier, Traveler's Rest. War ein schönes Spiel, mochte ich. Aber ich sag trotzdem erstmal, tschuhus.